Boah! Wo ist denn meine Feuerwerkskörper? Verdammt! Wo sind die? Scheiße! Ich hab die doch gekauft, oder? Verdammt! Dann muss ich wohl meine Raketenwerfer benutzen. Das ist doch mal ein geiles Ding, hehe. Das wird das beste Feuerwerk sein, was Liberty City je gesehen hat. Mann! Ihr werdet gleich einen neuen Himmel sehen! Ups! Tut mir leid, Kollegen! Kroku! 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 2 8 10 Untertitelung des ZDF, 2020